Leute, auf geht's, Langenmosen, Sommerneus 2022. Jetzt kommen wir mal zum Taxi, zum Franzi. Warteschön! Alles gut? Ja, logisch. Alles klar, fahren wir rein. Einsteigen. Jawoll. Ich glaube, ich habe gerade gefragt, ob es etwas zum Gießen gibt. Es gibt etwas. Ich habe gerade gesagt, ob es etwas zum Gießen gibt. Ich habe gerade gesagt, ob es etwas zum Gießen gibt. Ich habe gerade gesagt, ob es etwas zum Gießen gibt. DJ Selecta Bitch